Wir fangen an mit dem 2,1-Meter-Mann, er ist der größte im Teilnehmerfeld. Bremen, macht's mal richtig laut, hier ist Nils Ehlers. Das wird galaktisch, seid euch mal ganz, ganz sicher. Hier ist Clemens Wickler. Er ist ein unfassbar spektakulärer Spieler, Lukas Fretschner. Bremen, Applaus für Robin Sova. Aufschlagen wie die Geisterkranken, ja, herzlich willkommen Nils Ehlers. Hat er wieder gezündet im Halbfinale, geschultert als Clemens auch so ein bisschen Hilfe gebraucht hat. Wow, dicht. Und dann ist Robin Sova das erste Mal davor. Ganz verrückt, also ich sag nach wie vor Boden, wow. Kuhle, Ass durch die Mitte. Jetzt diesmal diagonal durchgeladen in Richtung von Robin. Der Questfall Classic entschärft. Und Lukas ist drunter. Ein Wunderathlet, meine Fresse. Strong. Auf der Tribüne. Einfach strong. Größen Respekt. Der wird schwierig. Aber Nils trifft um die Finger, Lukas ist da drunter. Interessant. Nils, der sich einmal wegduft. Clemens, der dann mit Netzkante übernimmt. Was ist das für eine Rallye? Oh Gott, und jetzt leider ein schlechter Touch. ist wieder da. Auf der ist er nochmal drunter. Wow, Clemens will nicht verlieren. Denkt sich, hey, was ist das denn? Und haut ihn jetzt immer noch nicht ein. Kontakt von Lukas Musterkappel ist natürlich schon lange weg. Richtiger Schrottpass. Was passiert hier? Was passiert hier? Am Ende ist es dann ein richtig guter Abschluss von Lukas Frechner. Und Clemens wird vorstellig bei Juliane König. Ja, 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 komm. Der ist richtig gut zugespielt. Clemens ist auch da. Jetzt haben wir wirklich gute Kontakte. Ja, das ist radios. Clemens Winkler nicht verlieren möchte. Wir bleiben mal drin im Flow. Und auch den sammelt er sich ein. Er hat den 10. Und auch den sammelt er sich ein. Tiefen und Schärfe sein U-Großvater. Muss, weil Robin den Kontakt hatte. Reicht nicht, reicht nicht. Und Clemens kommt angeflogen. Oha. Ja, und dann geht Robin Sova das Zuspiel weg. So eine Mini-Tischkante. Alter, Clemens ist überall. Oh, das ist kein guter Kontakt von Robin. Und Clemens sammelt sich den ein. Und dann geht es rein in die Blockhände von Robin Sova. Machen dafür aber auch enormen Druck. Und auch das ist der nächste. Oh, die ist so lucky, die Annahme. Und dann oben drauf. Allstark durchgewuchtet von Robin Sova. Natürlich unfassbar wichtig zum Satzball. Geht über Kopf, spannend. Oh, Mann, die Finger. Aber Clemens ist drunter. Kein guter Ver... Und Nils buchtet ihn dann durch. Das ist nicht wie Kett. Wow. Oskar, Oskar, Oskar. Ja. Also wie gesagt, wir haben eh alle Stats. Wir wollen für Hamburg auch nochmal verfeinern, dass wir für euch auf jeden Fall das First Ball Sideout reinbekommen, weil das eine sehr interessante Statistik ist. Robin ist wieder davor. Und auch der wird wieder interessant. Viel Spaß, Robin. Ja, und dann sind die Blockhände das erste Mal davor für Nils Selass. Unser Gase. Den sollte man da vielleicht mal freundlich wegbekommen. Moino hat es schon gesehen. Moino hat sich die Ladungshandschuhe wieder angezogen. Ja, der schmeißt die gleich raus. So, Clemens. Ja. Und Clemens zündet Bremen nochmal an. Und Lukas fährt schnell raus aus der Auszeit. Du hast einen Defense-Kontakt. Und dann ist Clemens der, der am schnellsten schaltet. Biniu. Schön abgedeut. Kurz Kappe weggeheatet. Und Lukas macht es einfach genau dasselbe auf der anderen Seite. Ja, und kratert ihn ja mal ein Dix da. Und man muss ihn doch nur mal ansprechen. Aber gut, im Zweifel mal ein bisschen meckern. Vielleicht macht es Eindruck. Ein Touch. Ein Touch. Er ist wieder in die falsche Richtung unterwegs. Reagiert perfekt. Treiber zündet dann für Instagram-Mutter. Ach du Scheiße, Schrank, Alter. Robin mit seinen einarmigen Annahmen. Ja, das könnte der Deckel sein tatsächlich. Ja. Das ist dann eigentlich auch der Deckel. Ich werde erstmal Fokus auf den Seele. Das hat er noch einen in der Schulter. Jetzt kann der Entschärft ihn so ein bisschen. Robin auf zwei. Und Clemens wird die Möglichkeit bekommen, sich zu krönen. Lohnung noch nicht. Robin blockt den auf die eigene Seite. Claps in the Jet. Wir sagen GG an Neil Seelers und Clemens Wickler. 25, 23 und 21, 17. Sie verteidigen ihren Bremer Titel von 20, 22 und stehen auf 20, 23 ganz oben. Okay, Prost. Browser auf, wir streamen wieder. Es geht nochmal los. Es geht nochmal los. Okay, Prost.